Wo, hier close oder was? Ja, da war irgendwas. Da waren voll viele NPCs da oben grad. Und da stand da ein Air-Supply-Drop. Sollen wir den machen? Mal checken. Ist nichts auf der Karte irgendwie. Mhm. Aber die sind auf der anderen Seite von dem Hügel jetzt. Guck mal, seht ihr den Drop da? Ja, ich hab gedacht, dass du wär im Auto. So. Markier mal mit F1. Hab ich schon. Ach da. Oh ja. Kann sein, die patrouillieren da. Also es kann sein, die sind jetzt hinterm Berg und kommen dann hier wieder rüber. Ja, deswegen hätte ich gesagt, wir laufen links außen rum oder fahren mit dem Auto. Und gucken, dass wir die holen. Oder? Oder wollt ihr die Auto hier stehen lassen und laufen? Das ist die Frage. Oh. Ja, direkt auf der anderen Seite von dem Hügel halt. Ja, lass mal laufen. Ich schließe das Auto ab. Ja. Wie kommt da bitte? Rechts vorm Ding. Sind NPCs? Ja. Alter, warst du von dem Flugzeug total laut, oder was? Ja, wir müssen aber links hoch. Das ist schon richtig so bergauf mischen, machen. Boah. Na. Krank ist da einfach so random so ein Drop. Oh, wenn da richtig kranke Shit drin wäre, das wäre richtig nice. Was? Ja, Mann. Von hier aus könnte man fast sogar schon tryen zu schießen. So, da sind die, die sind am Wald oben. Aber wir haben halt keine richtige Deckung. Die Bäume, die sind nicht solide auf jeden Fall. Wie viele Meter sind das? Ja, 300 Meter ungefähr. Oh, die rennen so weg nach hinten. Ja, die kommen aber wieder. Military Helikopter? Ja, die kommen gerade wieder. Sollen wir mal tryen? Sollen wir uns ein bisschen verteilen? Dann müssen wir uns auf jeden Fall verteilen. Dickstmöglichen Baum suchen. Na, ich bin schon am fetten Dranken. Oh, das sind ja einige. Was ist das für eine Entfernung? 450 Meter. 300, nein, bei mir ist voll sonst 300. Achso, ja, sorry, meine Ding ist falsch. Könnt ihr halt das Schussfeld? Nein, nein, noch nicht. Wartet, bis sie zurücklaufen. 2,5 sind es. Wenn sie hier sind, holen wir sie uns. In meiner Position. Ist der da gute Schussfeld auch, das, was sie markiert hat? Ja, einigermaßen. Das redet gar nichts. Kann auch nur schießen, wenn. Wenn sie stehen bleiben, dann hole ich mir einen weg. Ja, einigermaßen. Ja, einigermaßen. Ich hab den ersten im Visier. Sollen wir einfach mal schießen? Sollen wir einfach mal schießen? Auf der anderen Seite. Sollen wir einfach mal schießen? Hab einen. Scheiße. Zweiten. Hab auch einen. Dritten hier. Alter, ich hab noch einen Kilometer genullt. GG, Alter. Kein Wunder, treff ich nichts. Nach links ist noch einer. Hab einen. Einer hier noch. Zwei. Wie bleibt ihr? Einen hab ich. Gleich. Haben wir einen? Jo, der war der letzte. Waren das alle? Müsste. Ich hab drei. Zwei sind hier down. Ja, dann sind alle down. Ich hab einen. Okay. Holt einer das Auto? Ja, ich hol das Auto. Bin auf der anderen Seite zu weit. Die haben uns aber gut weggeholt kurz. Ich hab erst auf einen Kilometer genullt und hab mich gewundert, warum ich so drüber schieße. Na man. Was ist da ein Schuss, was da so oben im Berg eingeschlagen ist oder was? Ja. Oder unten ist ein Auto. Ja. 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 Wo sind die denn? Wie weit waren die weg? Ich komm mal kurz in den Shop rein. Nee, da ist jetzt nichts gescheites drin. Einige Waffen. Okay. Scopes, etliche Laptop-Hacking, Defibrillator. Oh, ich glaub das ist richtig wertvoll. Das ist der Hack. Jilly Suit. Gut. Dann kann ich das, kann ich einen Move machen, oder? Ja, dann musst du uns auch noch das nächste machen. Okay, mach du. Pass auf, ich fahr. Pop-Tips einsammeln nicht vergessen. Kann ich hier die scheiß Waffe nicht nehmen. Ich glaub die passt nicht rein. Not in our space. Dann müssen wir uns einzeln reinladen. Okay. Wie, wie kann man da reinschauen? schon? Mount? Wie, kannst du die Supplybox rein schauen, Jörg? Was? Ah, da Inventory jetzt. Was ist denn das da hinten vom Auto? Oh, da ist ein Raketenwerfer drin. Kannst du auch mal checken. Dann kommen wir gleich rüber. Wenn das müsste leer sein wahrscheinlich. Oh, ne Gasmaske. Mehrere Gasmasken. APDS Munition. Alter. Uwe M60. Alter. Alter. Uwe M60. Alter, schritt die Kankerscheiß drin. Alter, gut. Kein Wunder, Alter. Das... Alter. Holy cow. Fucking shit, Alter. Kein Wunder, Alter. Der war so random. Der war ja gar nicht auf der Karte. Nein, Mann. Nein, Mann. Dreck mal alles, ähm, Raketen, Knives zwei. Ich hab, ich hab den Laptop mal genommen jetzt, gell? Ja, Mann. Gasmaske auch auf jeden Fall. Äh, äh. Kannst du eine Gasmaske auch gleich mal anziehen? Ich nehm, guck mal, dass ich noch so paar kleine Waffen einpack, oder? Nein, das geht nicht mehr. Auf jeden Fall die großen Waffen mit der Munition dafür. Wenn's Đâyiu viel� tremt? death. Nein, das geht nicht mehr. Oh Gott. Deine Frau avanzst ye spannend, dass ich kurzно auch nicht eye-t Medic till,